Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Shovel Knight. Beim letzten Mal, sie haben wir nicht gegen den Typen da rechts gekämpft. Moment, ich komme so zu dir hin. Ah, I can't believe this. Trouble, friend, have you lost your way? But the best gear is the slickest armor, the strongest rope. Pardon, are you in the need of help? The who stuck up order of no quarter clowns have no idea what they are missing. Hey, you look like a knight. Shovel Knight, at your service, but I'm not the league where in the... So I heard that if you beat a knight, you get to take the title, right? Please, don't do something you'll regret. I don't want to... The great best knight. Like the sound of that, they'll have no choice but to accept me now. Come on, let's do this. Okay. Also, mit der Peitsche. Okay. Und spring. Wenn ich mal angreifen... Wo kommen die jetzt da? Ah, Moment, weißt du Pasta? Weißt du, Pasta? Weißt du, Pasta? Oh, ich hab mich so eine Waffe. Oh. 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 Oh, das ist doch mal. Nope. Wee, wee. Okay, hier ist ja. Okay. 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 Moment. Ah, es geht hier weiter. Okay. Ich dachte irgendwie, das wäre jetzt nur dieser eine kurze Level. Da hätte ich mehr Geld holen können. Schade, es geht nicht mehr zurück. Da haben wir ja wirklich mal Geld verdient. Okay, dann schauen wir doch auch mal schnell hier vorbei. Möchte ich mir eine Rüstung kaufen? Oder? Ja. Schade. Der klingt ganz gut. Gut. Ja, ich glaube, ich hole mir... Moment. Ich. Okay. Und weil ich noch 1.400 hab. Schau ich jetzt mal, dass ich hier nochmal jemandem 1.000 geben kann. Okay. Best. Obwohl du mein Lichst Purchase... Okay, ich bin auf 1.000 Gold. Schaut. Ex. Sells. Jetzt, dass ich meinen Purchase habe, ich werde meinen Lief nehmen. Okay, das heißt, wenn ich denen jetzt allen Geld gebe, dann komme ich von dem scheinbar irgendwas. Okay, ich kann das auch im Sprung aufladen. Und ich kann mich auch... Ich kann ja noch weiter mich bewegen. Gut zu wissen. Irgendwie kommt mir das Spiel gerade sehr laut vor. Äh, Maul-Night haben wir hier. Das ist wieder so ein Edelchen hier. Dann machen wir den sogar als erstes. There's no way to punch through. I wish I could just dash through all this dirt. Ich glaube, ich besitze... Moment. Kein Dash-Item. Hopp. Okay, dann muss ich... Zurück gehen. Yes. Vermutlich... Maul-Night klingt so ein bisschen, als würde man... ...da lernen... ...dich da zu dashen. Okay. Nicht auf dich drauf springen. Gut zu wissen. Moment, geht's da jetzt runter oder nicht? Oh, hier geht's runter? Ich find das sehr unübersetzlich, aber okay. Okay. Ach, das hat funktioniert. Okay. Okay. Ich scheine damit mehr Schaden zu machen. Okay, das ist das Dich. Ah, ich glaube, ich habe einen Samtrag. Okay, das ist eine Schraube. Gut, weiter geht's. Okay, ich kann auch tritzen. Wird später vermutlich wichtig. Ich hab mich in die Lava schubsen lassen von dem Schleim. Erster Checkpoint, erst Augen. Na gut. Wird genug von mir. Hm. Könnte besser ausfallen. Könnte besser ausfallen. Ich hab ihn Complaciert. Okay, having the fun. Um... Geta. Okay Okay, um... Knapp Aber egal, ich möchte da lang Irgendwann sammle ich die ganzen Noten noch ein Der Rückweg wird nicht einfach Okay, hab's geschafft Hey, respect Okay, see, das ist ein Problem Okay 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 Ich sehe das Problem Ah So mache ich natürlich kein Kuss So 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 Ich muss mir abgewöhnen, immer diesen nach unten Angriff zu machen. Ich muss es mir echt abgewöhnen. Hier ist das eher blöd. Ich muss es mir abgewöhnen. Moment, was soll's denn? So, was habt ihr davon? Jetzt kann ich nämlich alle Röder hochstellen. Vermutlich wieder nicht mehr Geld dabei. Jo. Muss ich mir dann später nachkaufen. Ja, hier könnte ich's dann direkt ausprobieren. Und da ich sie nicht hab, denke ich, werde ich auch erstmal nicht da lang gehen. Hier greift mich nicht eine komische Blobs. Okay. Ich verstehe. Kann ich dich hier zu wegen schubsen? Ja. Okay. Okay. Das dürfte ich hinkriegen. Ist aber gut dargestellt, wie sie einem halt so nach und nach zeigen, was dieser Schleim alles kann. Bin ich jetzt in die Schlucht gefallen, oder? Weiß es nicht. Blöd war's auf jeden Fall. Und dann das. So, und diesmal warte ich. Jetzt kann ich da rein. Okay. Richard. Oh, wie? Ah, verdammt. Ich hätte da oben drauf springen können, vermutlich. Okay. Da bin ich ja mal gespannt, wie ich da jetzt durchkommen soll. Ich mag die Musik, deswegen... Ja, habe ich sogar einen Grund, weswegen ich weiß, dass ich nichts sage. Ähm, ich frage mich da unten, ist das ja so brüchig? Ich habe erst gedacht, man muss da rauf, aber ich glaube nicht. Ah. Okay, ich muss in der Luft nicht abfangen. Tritt das nicht hin. Tritt doch. Hup, 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 hup. Okay. Was haben wir hier? Ah. Okay. Das war jetzt einfach nur blöd. Aber hey, ich habe die Note, das ist alles, was zählt. Das Zeug hole ich jetzt auch gar nicht, als es wieder zurück. Das Zeug hole ich jetzt auch gar nicht, als es wieder zurück. Und jetzt vielleicht auch. Oh, ach, ich muss da drin. Ich muss da drinnen. Eingesichts der Tatsache, dass man hier den Magieplatt bekommt, soll man vermutlich eigentlich das Ding benutzen. Jo. Verdammt. Okay. Ich weiß einfach nicht, wie man das machen soll da. Einfach... Vielleicht muss ich gehen... So, jetzt schauen wir mal. Ich muss das anschauen, ich habe keine andere Wahl. Und dann muss ich irgendwie schnell genug nach demnächst kommen. Aber selbst wenn ich die ganze Zeit nach links gedrückt halte, komme ich da nicht an. Nur so kann ich vielleicht so eine Schleimfängs mitnehmen. Ich denke, dass ich jetzt ein Schleimfänger bin. Man kann es nicht Niin. Ja. Ich werde das hier Это gestern. Okay. Das heißt, das schützt einem nicht davor. Wie soll ich das dann schaffen? Das ist wieder dabei. Das ist wieder dabei. Das ist wieder dabei. Übrigens. Dann bin ich in der Nähe. Ja, das ist wie versteckt. Aber die Rappen hat mich immer wieder an. Ich müsste irgendwie den Ritter hier hinlocken. Ich frage es mir, wie kann ich das? Wenn ich einmal die Schafe runter mache, kann ich es mir nicht mehr hoch machen. Das heißt, ich verstehe es einfach nicht. Wow. Ich versuche es noch einmal. Ich glaube, ihr findet das auch weniger spannend. Kann ich zweimal auf dir hüpfen? Nein. Ich weiß es nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.